Das Kraut ist jetzt mitten in München in Südafrika angekommen. Denn hier im Botanischen Garten unter Glas, da bekommen die Pflanzen keinen Frost ab. Hier dürfen sie das ganze Jahr wachsen. Nun, vielleicht haben wir außerhalb auch bald solche Verhältnisse. Denn eigentlich sollte ja bis zum Jahr 2012 der weltweite Kohlendioxid-Ausstoß um 5% zurückgenommen werden. So stand es jedenfalls im Kyoto-Protokoll. Tatsache ist, dass er in den letzten beiden Jahren um 6% angestiegen ist. Herr Professor Weiger, grüß Gott. Grüß Gott. Als Chef des Bundesnaturschutzes nehmen Sie nächste Woche in Dörben am Klimagipfel teil. Was darf denn von dieser Konferenz erwartet werden? Nach allen Vorverhandlungen leider Gottes nicht allzu viel. Die Verhandlungen stocken, nicht zuletzt wegen der Blockade der USA. Und China spielt auch keine Vorreiterrolle. Und von daher ist das zentrale Ziel, dass wir endlich ein verbindliches Klimaschutzabkommen bekommen, in weite Ferne gerückt. Ja, heißt das, dann werden in Dörben nur Schuldige gesucht? Es geht nicht nur darum, Schuldige zu suchen, sondern klarzumachen, es muss endlich gehandelt werden. Und ich glaube schon, dass zunehmend, nicht zuletzt durch die gewaltigen Katastrophen, auch in diesem Jahr in Asien, das Bewusstsein wächst. Wir müssen handeln. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Es darf nicht länger blockiert werden. Jetzt gehören Sie ja keiner staatlichen Organisation an, sondern sind eine sogenannte NGO. Sie kämpfen seit Jahren für eine gute Sache, rennen gegen eine Wand, haben aber nicht dieses Staatsmonopol, um etwas durchzusetzen. Ist das auf die Dauer nicht frustrierend? Es ist natürlich frustrierend angesichts der gewaltigen Herausforderungen. Aber es gibt dazu keine Alternative, denn ohne solche internationalen Konferenzen würde sich überhaupt nichts bewegen. Und die Tatsache, dass jetzt immerhin die ersten Signale vorhanden sind, dass man bereit ist, die Entwicklungsländer zu unterstützen bei der Abschwächung der Klimafolgen, das lässt wiederum hoffen. Ja, angenommen, diese Klimawende wird nicht geschafft. Was heißt denn das für unsere Lebensverhältnisse dann in den nächsten Jahren? Es heißt, dass wir mit immer dramatischeren Hochwässern konfrontiert werden, mit immer längeren Trockenperioden. Das bedeutet, dass wir auch Trinkwassermangel in den jetzt schon niederschlagsarmen Regionen bekommen, dass wir Ernteschäden haben und dass vor allem unsere Wälder massiv betroffen sein werden in ihrer gesamten Gesundheit. Also das ist praktisch der Zwang zur Daseinsvorsorge, der uns treibt. Kann denn da unsere Regierung eine Führungsrolle übernehmen? Sie kann nicht nur, sie muss. Denn Deutschland ist das führende Industrieland, welches sich verpflichtet hat, 40 Prozent die CO2-Emissionen zu reduzieren. Im eigenen Land? Im eigenen Land. Und wir haben das ja auch durchaus sogar erreicht oder werden das erreichen mit wirtschaftlichen Vorteilen. Und wenn das endlich umgesetzt wird, dann ist das ein weltweites Signal der Hoffnung. Also da danke ich Ihnen, wünsche gute Beratungen und viel Erfolg in Südafrika. Danke, Professor Weiger. Danke auch. Es muss also verhandelt und weitergekämpft werden. Das ist das große Ziel. Diese Wende in Sachen Klima, die muss kommen. Manche haben das in ihrem Umfeld bereits geschafft und können somit für uns...